. Die Wienermann-Gesetz und die Technik von kurzen Ja, schönen guten Nachmittag von meiner Seite auch. Vielen Dank. Jetzt kann man dafür einen freundlichen begrüßen. Nach dem Freundlichen. Und vielen Dank natürlich auch an den Manfred Baudiker der dem ersten Hauptstadt versuchen in meinem Trainingskanäller zu verforsten. Um mich hier her zu kriegen. Da man sich als ein, sagen wir mal, Und das ist das Institut, das wir hier sind, als ein Institut, das zu 100% von 16 Bundesländern der KMK finanziert wird. Kann man sich vorstellen, denken auf 16 Herren, sie hätten einen hilfjährigen Diener, der auf das jeweilige Land reißt. So ist es. Aber das ist auch völlig okay. So, wir wollen heute versuchen, die Ergebnisse des aktuellsten Ländervergleichs, der eben vom Kernbereich, das wir als die Bundesminister dem IQB als Auftrag gegeben haben, die Ergebnisse darzustellen. Das ist ein Ländervergleich, der in der Sekulaturverein stattgefunden hat, in der 9. Jahrgangstufe. Und der sich speziell auf die Kompetenzen in den Fächern Mathematik und die 300 Bundeskraft und Biologischen und Physik beschränkt hat. Sie sehen schon an der Liste der Namen hier oben stehen, dass man sowas natürlich nicht alleine macht, das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern maßgeblich ein Team von selbst herausgelegt und herausgelegt. Wenn Sie dort sehen. Viel von dem, was Sie hier vielleicht im ersten Abschlag nicht gleich ganz einordnen können, womöglich, vielleicht aber auch noch, werden Sie auch in die Nummer 14 zumindest nochmal ausführlicher von mir und auch von Herrn Podetekrechter erklärt bekommen, oder in der Diskussion darzustellen. Und ich sehe, dass Sie sich da aber jetzt nicht den Erhemden für den Eingriff, die sofort eindäglich ist. Insgesamt hat unser Institut das Gezüge für Qualitätssicherung im Bildungswesen, da gibt es verschiedene Varianten von Ihnen, haben, dass ich niemand übernehme, weil mir selber das unterläuft, dass ich diese drei Bestanden richtig ersetze. Wir haben drei Ländervergleiche im Moment im Auftrag der KMH 631 in den ersten Zyklus abgestoßen, zumindest 2009 von der Leitung von dem Kollegen Olaf Föller die sprachliche Kompetenzen, Englisch, Französisch, Deutsch ist in der Stufe 1, dann im Jahr 2011, 2012 veröffentlicht, der Ländervergleich im Grundstuhlbereich für die Technologie in der Politik und Deutsch und eben der aktuelle, der letztes Jahr im Oktober, also 2013, im Oktober vorgestellt wurde, in der Senkpalenz im Bereich Mathematik und Naturwissenschaft. Zunächst einmal ganz klassisch, was ist eigentlich der Ablauf einer solchen Erhebung, was passiert eigentlich, was wird genau gemessen? Und Sie werden sicherlich nicht viel davon kennen, wenn Sie selber da an die Fächer unterrichten, um die es sehr gern ging in diesem Ländervergleich. Es gibt bestimmte Kompetenzbereiche, die immer in den Fokus genommen werden, und die werden auch immer sehr eng angedichten an, dass im gleichen Jahr stattfindende PISA-Studien-Ensemble an Fragen, die in die Schulen kommen, sodass manche Schulen im Unglauben sich Glück gefunden haben, dass Sie gleichzeitig die Tests in dieses Ländervergleichs und von PISA 2012 durchführen konnten. Insgesamt wird der Bereich der Mathematik nicht nur als einen Test abgefragt, sondern es wird geschaut, was neben der globalen Mathematikkompetenz auch an inhaltsbezogenen Kompetenzen, also Leitideen nennen, dass die Fachdidaktiker und Didaktikerinnen der Mathematik mit Bezahlmessen, Raum und Fonds, Funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall an Leistungen in den Ländern im Vergleich zu sehen. In den Naturwissenschaften werden die drei Fächer nicht nur hinsichtlich des Fachwissens überprüft, sondern auch hinsichtlich der Frage, ob so etwas übergreifendes wie Erkenntnisgewinnung in den Naturwissenschaften ungefähr in und in der Großbritannien von den Leistungen her ähnlich verteilt ist. Sie müssen sich dann ungefähr so vorstellen, dass dann ein Testleiter-Team in die Schulen reinkommt, das ist alles gut daheim. Diese Tests werden auch unter hohem Verschluss bei uns im Institut gelagert elektronisch und manchmal auch nicht elektronisch, da kommen Sie gar nicht rein in den Strichkarten, ebenso bei PISA. Und diese Aufgaben werden dann eben möglichst mit einer breiten Streusung an Inhalten an viele Schülerinnen und Schüler, das heißt vielleicht noch genauer ausführung, zur Beantwortung vorgelegt. Externe Testreifen-Ableitung heißt natürlich immer, dass kein Schimmelmöglich ist, und dass auch jeder Schüler, jede Schülerin neben ihrer Mitschülerin sitzt, einen anderen Test bekommt, tatsächlich als die Medien, die sich rechts daneben sitzen. Die Aufgaben haben eine große Bandbreite, ich werde Sie jetzt gar nicht mehr mit den tatsächlichen Inhalten, zur Sicherheit für mich, beziehungsweise die richtige Lösung aber auch angewiesen. Wir haben dabei aufwendig gesagt, also Leute, das sind Aufgaben, da muss man eigentlich nur haltungsverlustig lesen können, und sich dann auch noch zum richtigenfalls physisch-motorischen Leben aufgaben benutzt. Es gibt also durchaus Aufgaben, die haben auch im Zweiten Benutzerscheinstecken, dieses Beispiel von 97%. Aber zur Änderung, das Ziel ist, dass mit diesem Test auch die möglichst ganze Bandbreite, die in Deutschland vorhanden ist, als wenn es bei den Chemie gibt es in den Fächern, wie es da gemacht werden kann. Wir haben hier eine Aufgabe, die fand ich schon persönlich etwas schwieriger, im Bereich der Mathematik, die eben auch von 35% im Bescheid der Schüler und Schülerinnen in den neunten Jahren schon spielen würde. Da geht es um die Aufstellung von Gleichung der Art of Funktionale zusammenhängen. Für mich, das wird es nicht im Einzelnen sehen. Auch im Bereich der Chemie, auch im Bereich der Chemie, in den drei Naturwissenschaften gibt es das gleiche Prinzip. Wir haben relativ einfache Aufgaben dabei. Diese hübsche Kurke, allerdings werde ich noch näher im Nachmittagsmodus, im später Nachmittagsmodus, die wir Ihnen erklären können, sind. Diese Aufgaben haben also fast zwei Viertel der Schülerinnen und Schüler gelöst. Das sind alles Aufgaben, die von der Art und Weise so konstruiert sind, dass sie möglichst nah an Wirklichkeitsgründen sind. Das gilt nicht mal 100%. Aber man versucht gerade in der Aufgabenentwicklung, diesen Eindruck dieser pseudo-realistischen einbegleitenden Aufgaben zu vermeiden. Ein großes Missverständnis, wie ich es erwähnt werde auch gleich, und zeigt klar, dass alle Aufgaben, die bei uns in den Tests eingesetzt werden, werden von Lehrkräften entwickelt. Da gibt es keinen durchgetreifenden Psychologen und Psychologinnen, die sich das in Bekämpfungen ausdrücken, sondern das ist ein Teil des Sicherungsprozesses, der zwei Jahre, ungefähr drei Jahre dauert, zwischen der erste Idee einer Lehrens- und einer Lehreversetzung und der andere Zeit, also einem Test. So, das hängt ein bisschen. Ach, da unten kundenblitzt, ist das wichtig. Es gibt aber eben auch naturwissenschaftliche Aufgaben, wo man sagt, naja, als Finanzialerlehrer in der Chemie, und dann würde ich sagen, na, das müssen wir halt können, am Fachende der Sekundarstufe 1. Aber so etwas wie tatsächlich selbstständig, vormenteilig und chemisch aufzustellen, gelingt tatsächlich nur drei Prozent, am Ende der neuen Jahresstufe, aus einem solchen Aufstieg. Insgesamt sind die Aufgaben nicht identisch, aber zumindest im Weinteil ähnlich. Wie die PISA einsetzen werden, müssen sie speziell auf die deutsche Situation zugestrickt. Sie wissen vielleicht, in PISA wird nicht jede Naturwissenschaft für sich, apropos, sondern wird es fein, als ein gemeinsames Konstrukt getestet. Der Vorteil solcher Ländervergleiche, wenn die K&K sich mal in Spieße etwas zu machen, ist, dass man nicht um Schulstrom betteln muss in der Lehre, sondern das ist schulgesetzlich verankert, dass die Schülerinnen und Schüler z.B. von diesem Test teilnehmen müssen. Das sehen wir in der oberen Zeit. Bei Tests, da sind die Teilnahmequoten der Schüler und Schülerinnen, die man erreicht. Wenn man dann nicht erreicht, dass sie dann in der Lehre, die Personen wirklich krank sind, aber doch verzogen sind, oder aus anderen Gründen, die mit den zufälligen Stunden nicht im Test dabei sind. Wenn also über 90 % in manche Jungsländern auch als 100 % teilhaben. Sie sehen allerdings auch, dass wir ja nicht nur Tests, aber auch die oder die Wissenschaften erfahren, sondern auch das, was in den Schülersfragen würden, auftaucht. Solche Testergebnisse sind relativ wertlos, wenn sie kontextualisiert im Rahmen von Informationen über den sozialen Hintergrund der Schüler und Schülerinnen und auch zum Teil im Hintergrund der Ehrstunde oder bei Wärtersten dieser getesteten Schülerinnen und Schülerinnen vorhanden ist. Da sehen Sie, haben wir ein Problem. Das ist auf datenschutzrechtlich drückt und auf Flüchtlinge das nicht gut zu machen. Je nach Grundsatz ist die Gesetzeslage da unterschiedlich. Das Problem, auf das das EUA jetzt aufmerksam machen muss, weil es in allen Studien, PISA und auch unseren Studien immer schärfer geworden sich stellt als Problem in den letzten Jahren, ist, dass wir gerade bei den Angaben über den Zuwanderungsmittelgrund und die sozialen Hintergrundmerkmal, die der Schüler und Schülerinnen mit hinteren und noch 50 % Antworten haben. Das ist wirklich ein Nachteil von den Ländern, die eine hohe Quote haben, in diesem Bereich, wie z.B. in den Ausführungen, und wo man dann eine hohe Unsinnere Aussage hat, geht es dem Fall, ist das besser in der Schule als in lauter Jahre oder nicht. Auch da muss man nachfällig etwas tun. Dann haben wir etwas gemacht, wenn es gut funktioniert, ob es gut funktioniert. Wir haben nicht nur Schüler und Schülerinnen aus Regelschulen getestet, die sagen wir mal, im Anschlusszeichen ganz normalen Schulalltag nachgehen, sondern eben auch Jugendliche, die einen sozialpädagogischen Förderbedarf die Universität bekommen hatten, und haben dabei die Förderstattung Lernsprache und Emotionale in soziale Entwicklung eingezogen. Also die Schülergruppe, die man auch nicht sehr ohne große Aufwand in soziale Berufsstudien hineingeben kann. Wir wissen nicht, ob solche Tests, also nicht sicher, ob solche Tests tatsächlich in dieser Gruppe, solche Schüler und Schülerinnen überhaupt salide und reliable messen können. Das kann ich als Erlebnis vorwegnehmen. Jetzt hat sich erwiesen, dass es ohne weiteres geht kann. Und wer die nächsten Monate verfolgt, in der Fachperson der Pädagogische Schule, wird sehen, was wir für den Grundschulbereich, also den Ländervergleich vorhin, auch mal ausgewertet haben, wo lernen, es sind Ergebnisse der Schüler und Schülerinnen, die sich ganz ähnlich besser an Forschung oder an Schulen, wenn sie inklusiv oder integrativ gespielt werden. Es kann nicht entspannt sein, das habe ich erlebt, es sind dramatische, dramatische Unterschiede. Das habe ich mir jetzt schon vorweg gesehen. Das nächste, was ich für den Ländervergleichen andeuten möchte, ist, dass an der KNK, also 2006 beschlossen hat, dass diese Tests zurückgeführt werden sollen. Häufig vorgeworfen hat, sie wollen sich aus der Verantwortung der negativen Erlebnisse von PISA 2000 herausstehen, indem sie einige Tests entwickelt, die nicht mehr PISA, das heißt, dass sie aus den internationalen Studien ausklingt. Das ist wirklich nicht der Fall, dass sämtliche internationalen Studien bis dahin gelaufen sind, werden auch weiterhin von Deutschland durchgeführt. Und zwar so, dass es uns gemeinsam Stichproben zwischen den PISA-Untersuchungen und unserer Untersuchungen zu der Überprüfung der Erreichungs- und Bindungsstandards kommt, so dass wir auch immer einen Abgleich machen können. Langfristige Folgen, die dann zumindest angenauungsweise möglich sein sollen, dass das Land Bayern so und so zu Schwimler oder zu Schrankheil oder zu Frankfurt steht. Obwohl die Perspektive, die man letztlich in unseren Vergleichen aufmachen möchte, eine ist, die weggeht von einem internationalen Raster und das ist auch hin zu dem, was durch die Bildungsstandards in den deutschen Bundesländern wirklich geworden ist. Die Stichproben, die wir ziehen, die Testleistungen, die wir sehen, sind auf Länderebene, also aufgrund des sogenannten Repräsentativ. Wenn jemand Statistiken hat, heißt Repräsentativ, das besteht ja angebbar, Wahrscheinlichkeit für die Schüler und die Schüler in die Stichproben zu beraten. Das sind insgesamt knapp 45.000 Jugendliche-Beteilungen aus über 1.300 Schulen und das ist für Deutschland, wenn man das in den Leder stichet, wo es ist sehr groß. Im Vergleich mit dem Bereich in Deutschland bei 5.000 Schüler und Schüler, da ist es ganz unterschiedlich gegangen. 60 Dollar stehen sind auch dabei. So, dann versuche ich jetzt, Ihnen halbwegs schmackhaft zu machen, zu sehr viel zahlen, was eigentlich im Kern an Ergebnissen aus diesem Ländervergleich, Mathematik und Wissenschaften, im letzten Jahr für uns berichtet werden konnte. Dabei ist immer die Frage, der Begriff Ländervergleich gibt es ja schon fast nah, aber mit was vergleiche ich also? Also ebenso, wie Sie als Lehrerin oder Lehrer die Möglichkeit haben, verschiedene Betriebsnormen, Orientierungen, die Sie alle kennen, soziale Betriebsnormen, prateriale, individuelle Betriebsnormen bei einzelnen Leichensbeurteilungen im Unterricht vollziehen, kann man auch sich fragen, wie ordnet man das Ergebnis eines ganzen Liedelfortes eigentlich? Die Frage der Betriebsnormen also, sollte ein Land, ich nehme jetzt mal Berlin, wir werden es auch mal erklären, weil ich da herkomme, was ist eigentlich die geeignete Vergleichsströche für ein Landesergebnis gegen Mathematikleistungen von Berlin? Soll man das sozusagen mit jedem Einzelnen der 16 Länder vergleichen? Soll man sich mit den besten wenden, das ist das Bayerische, wie man sich das wieder erkennt, oder soll man das mit möglichst ähnlichen Bundesländern wie den anderen Stadtstaaten, Hamburg und Bremen machen? Oder soll man mit allgemeinem Gruppen wie die Großstädte, wenn wir das auch mal angeboten haben, über 300.000 Einwohner? Es ist also die Frage, ist das eigentlich beliebig, mit wem ich mich da als Bundesland vergleiche? Die Antwort, die hier von Grupp B gegeben ist, eigentlich ist der Sozialvergleich, die soziale Betriebssystem, vollkommen unwichtig. Und sie interessiert, anders als im schienkiesischen System zum Beispiel eben nicht, wer ist Gewinner, wer ist Zweiter, wer ist Vierter, wer ist Sechzehnter. Das ist nicht die Logik, die hinter solchen Tests steht. Es scheint eine natürliche Bedürfnis zu geben, sich im Tabellenbereich zu wieder zu finden. Selbst das natürlich in Anführungszeichen nicht lauert, sondern es ist nicht. Es ist alles so klar und inspiriert. Und das mag ja auch für den Fußball-Bundesinn oder andere nicht durchaus sinnvoll sein. Aber die Frage, ob ein Bundesland besser unter Land ist, hat keine Implikationen, außer der eines Gewinner-Verliererspiels für die tatsächlichen Maßnahmen, die vielleicht auf politische Systeme abzuleiten sind. Deshalb ist das, was eigentlich mit den Ländervergleichen und da geht ja auch über PISA und etwa hinaus, eigentlich beabsichtigt ist, dass man im Vergleich tatsächlich ein Kriterium ausrichtet. Und diese Kriterien sind eben die Bildungsstandards der KMK. Wenn sich jemand von Ihnen, sie sind alle gesundheitlich an, gerade erinnert, ich bin auf die erste Reihe natürlich, jetzt verneint, dann erinnert, wie das zustande gekommen ist im Nachhalt zu PISA, die Verabschiedung von Bildungsstandards, dann ist das eigentlich kaum noch möglich. dass sich eben für mich das Verraten verstrittenen Fälle der Bildungspolitik 16 Länder darauf einigen, was sie erwarten würden. Also Bildungsstandards sind nichts anderes als für Selbstkompetenzerwartungen. Da werden Normativ-Erwartungen selbst in diesen politischen Heften und weil Normativ sind und nicht Wissenschaftlich heißt das auch nichts anderes, als dass sie einen öffentlichen, interessierten Diskurs oder Diskussion abzuregen sind, was man sich den Vorstellungen stellt, was Schülerinnen und Schüler am Ende der Altersstufenden beenden können solle. Diese allgemeinen Vorstellungen, die es bei relativ wolkig noch beschrieben in diesem relativ blügigen Heftigen der KMK sind dann, und das ist unsere Aufgabe unter anderem gewesen, zu kompletisieren. Was heißt denn das, wenn jemand das und das können soll, was heißt denn das tatsächlich den Aufraben zu setzen im Textaufgaben. Das ist der Hauptjob, den wir jetzt mit der Infobel machen, aus den Normand-Vorstellungen der Kürtungsminister, Wandel- und Milliarden-Testverfahren, die auch genau das messen, wo man dann im Vergebnis daran messen können soll. Wenn ich sage, ein Land hat 30% auf einer bestimmten Stufe der Kompetenz von Schüler und Schülerinnen, dann weiß man auch, was die Schüler und Schülerinnen wirklich in der Regel auch können. So eine Metrik, wie es bei PISA und auch bei unserer Ländervergleichung eingesetzt wird, ist eine sehr winkelliche Angelegenheit. Normalerweise ist es bei PISA auch bei uns so, dass für die Mittelwert und die Gesamtungsgruppe der Schüler und Schülerinnen des 9. Jahrgangs hier ein Wert für 500 bis 600. Das könnten auch 800.000 2,4 oder irgendwas sein. Das soll nicht arg und drehen, man setzt nur irgendwo. Und ich wage davor schon auf die eher methodischen Seminare zu glauben, nur wenn 500 Punkte dranstehen bei unserem Ländervergleich, dann können Schüler und Schülerinnen die 500 Punkte bei PISA erhalten aber genau das Gleiche. B ist leider nicht so. Es gibt verschiedene Testverfahren, die beliebiger sozusagen kein Drehung auf einem bestimmten Punkt wäre. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man das Inhalten verauffüllt, das verdeutende Einrichtungspunkte, die mit so einem Test abgebildet werden oder gemessen werden. Dann weiß man auch aus Nennstückstudien und auch aus Studialisieren nebenbei durchgeführt haben, dass am Ende der Signalstufe 1, also 9 Datenstufen, wo wir gemessen haben, in den Mathematischen der Grundschule pro Schule ca. 25-30 Punkte im Durchschnitt zu gewonnen werden können. Nicht mehr, nicht weniger. Im Grunde in der Grundschule waren es ungefähr 60-80 Punkte. Die Lärmkurve und die Themen sind einfach ein bisschen höher. Jetzt zu einem der zentralen Ergebnisse. Wie gesagt, nicht nur wir, nicht nur die Presse, nicht nur die Öffentlichkeit haben sich diesen routinierten fetisch Rahmenplatzierungen unterworfen. Auch die Politik selber fordern wir uns mal wieder ein. Wir versuchen das zumindest abzumödern, indem wir sagen, uns interessieren letztlich wenigstens nur drei Leistungsgruppen. Es gibt eine große Mittelgruppe, die sehen Sie hier in den gestrichelten Kasten im Rahmen. Dann sind die durchschnittlichen Länderergebnisse drin, die nicht im statistischen Signifikant vom gesamtdeutschen Mittelwert zum Schlimmischen nach unten abweichen. Da könnte man auch sagen, das ist das langweilige oder ruhige oder die Komfortzone des Mittelbereichs um den deutschen Mittelwert. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die weicht statistisch zu, wenn ich davon ab nach oben und es gibt eine, die nach unten abweicht. Und inzwischen ist die Politik auch so eine Sichtweise geeinigt, vor allem in Anzug und in Gottes Willen hoffentlich bin ich in der Röntgesgruppe und in dem Film hoffentlich bin ich in der Ecke, wo wir dann mit der Presse gut ausgetreten. Auch diese Logik ist ein Zwischenschritt, zu der von mir vorhin alle politischen Sichtweisen beforstet, oder wir alle, und wenn man politiker und politikerin Fakten eigentlich auch, dass man sagt, naja, eigentlich geht es doch darauf zu gucken, ob die das geschafft haben, was die als normative Erhardung in dem Kindestandstand formuliert haben. Anders als China, kann es aber theoretisch in so einem System zur Qualitätssicherung 100% hineingehen, diabolisch. Und die sind alle über diese Hürde, der Standort gesprungen sind. Es gibt nicht automatisch immer Aufwendung da. Es war ganz interessant, als ich mit den Kollegen und Kolleginnen von der aus Shanghai im Austausch war, die waren bei uns wieder los, wie wir bei denen und haben auch Schüler und Unterricht gesehen, bis sie verstanden haben, was der Unterschied ist eines Systems, das nicht automatisch über Gewinner und Verlierer in Landwirtschaft produziert, wie ein sozialorientiertes System, während es als CD4 Versuch zu reduzieren in Pimitärstellung, wo es darum geht, die Erwartungen, die Überprüfung des Erreichens der Erwartungen in Ihrem Gipfel. Inhaltlich sehen Sie das, was Sie vielleicht auch in der Fesselwagen haben, hier für den Bereich der Mathematik, OH, das sind zumindest vier der fünf ostdeutschen Flächenländer, ganz weit oben, beinahe sich mit der Zwischenhandel und Sachsen ist nochmals deutlich abgewachsen in anderen Ländern. Und das ist ein Ergebnis, was in seiner Klarheit sowohl das gewünscht von anderen direkt erwartet wird. Viele haben dann im Nachhinein gesagt, aus den politischen Administrationen, aus den Häusern, auch aus den Suchgesellschaften, naja, es wird tatsächlich doch die Wertschätzung von der Mathematik und Mathematik noch in der DDR-Direktion machen, so viel höher als die meistens westdeutschen Länder. Das ist das, was wir dann auch spielen, haben eben die Lehrkräfte besonders geschätzt, die haben ausgebildet gemacht, die haben keine Wette gehabt, für diese Fächer, die jetzt im westlichen Bereich überhaupt nicht üblich waren. Und ein Argument, was ich nur als politische sozusagen weitergegeben habe, ist, dass gerade die Personen, die in der unwissenschaftlichen Fächer eben aus Deutschland gegangen sind, die eben kein politisch expolierte Bekenntnis erforderlich erfüllen wurden. Es war nicht schwierig, um dort einfach fachlich zu arbeiten zu werden, aber das war es im Bereich der Sozial- und Gesellschaft-Wissenschaften und auch der Reichweite. Was wir gesehen haben, was wir gesehen haben, auf Inhaltens sehr interessant, worauf das Großteil besorgt ist, die große Großteil sind die meisten unter durchschnittlich besucht. Und dieses Mittel haben wir eben nicht nur als kleine Referenz angebraucht, wie wir heute sind, in Deutschland ein, um zu sehen, wir sind in der Mitte hier, wo wir jetzt in Deutschland quasi nicht geografisch aber weist das technisch. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir natürlich das Problem, weil es eine gewisse Schulsystem dann quasi umsteuern muss, um letztlich auch die Leistung mehr an die Standards zu haben. Jetzt habe ich hier die Erkenntnis dieses mathematischen global Wertes dargestellt. inhaltliche Teilbereiche, also Zahl, Messungen, Formen, Funktionale Zusammenhang, Daten und Zufall, dann sieht man, dass es aber dernoch sich quasi kaum untersteckt gibt. Das heißt, in den Ländern, wo global die Leistungen hoch ausfallen, fallen sie auch praktisch in allen Teilbereichen hoch aus. aus. Es gibt also gutes mathematische Schleifte oder schlechtes. Ausnahmen, welchen Druck vorgebracht. Im Mecklenburg vorgebracht ist sehr inhaltlich aus. Das heißt, Messen, Signifikant unter fachdidaktisch los ist eine relative Schwäche gestimmt. Relative Schwäche. Das gleiche muss ich ja jetzt abkürzen und besteht für alle drei Naturwissenschaften. und auch für alle Bereiche Erkenntnisgewinnung und Fachwissen. Das heißt, wir haben den Grund, dass die ostdeutschen Flächen in der Form liegen, dass sich Bayern und allen an dieser Spitzengruppe und dass die Stadtstaaten plus Nordrhein-Westfalen immer relativ weit unten sind. Es schlägt die Folschwerte. Dieses Muster ist auch nicht gängig. Das heißt, wir haben es auch nicht die Zinshaltsschwaltung oder nicht interpretierbaren Auf und Ab-Zack-Zick-Zack- Profile, sondern es ist ein relativ unobiles Bild, was die Leistungsstärke in den 315-Frägern jeweils zwei Kompetenzverbrechen angelegt. Insgesamt wenn wir die Erlebnisse auf dieser Ecke zusammenzusetzen, heißt das, das soll der Ländervergleich ja vor allem wie wir auch bringen, sieht es aus im Vergleich der 16 Länder. Und wir sehen, dass der Abschalt zwischen den höchsten und höchsten und höchsten zwei bis zweieinhalb Jahre in Mathematik und anderthalb bis zweieinhalb Jahre in Naturwissenschaften im Durchschnitt. Und das ist der Strengstoff, der eigentlich für ein föderales System aus diesen Ergebnissen deutlich wird. was kann eine Schülerinnen als Schüler dazu geben, wenn sie dann eben aufwächst und dort zur Schule geht. Das heißt, wir haben eine quasi vorhersagbare Minderleistung im Durchschnitt zwischen den Menschen aus bestimmten Ländern, die massiv und dramatisch zum Ende des neuen Jahrhunderts ausfällt. Und der Gerechtigkeits- mit diesen Sichtpunkten ist das sozusagen eine der Hauptappelle, die auch zu den wir wissen, dass wir länger vergleichen. Aber immer wieder, es ist nicht langweilig, immer wieder die Aktivität vorgehalten werden muss. Und die Politik muss sich in diesem Fall auch tatsächlich befeinern immer wieder darauf hingestohlen zu werden. An allerdings muss man auch sagen, dass die Ideen der 16 Bundesländer, die 95 Prozent Leistungsstärksten sich um 300 Punkte von den 50 Prozent Leistungsstärksten unterscheiden. Das ist immer wichtig. Und deshalb habe ich eine enorme Kompetenzspanne, wenn ich den gleichen Test und gleichen Maßstab ansetze. Nun sind die Gymnasien sozusagen die letzte verbliebene Schulart, die es in Hoffnung macht, in einem 16-Jährigen ungefähr gleich wahrgenommen zu werden. Wie als Leistungsstärkste relativ homogene Schulart, die Programme sozusagen. Und wie auch die Gymnasien und die Leistung der Schularturen am Gymnasien auch besonders angeguckt. Und das Erste, was man ja weiß, in der Diskussion ist, dass die Gymnasien sehr unterschiedlich stark ausgebaut sind. Wir haben Länder wie Bayern, da sind die Zeit unter Erinnerungen, also die genannte Beteiligungsquote oder Gymnasialquote in den letzten Jahren bei knapp über 30 Prozent. Und wir haben Länder, da sind deutlich über 40 Prozent des Schüler Lehrgangs, die auch in Gymnasien gehen. Und die, sagen wir mal, nicht nur die Exaktigkeit, die in der Diskussion macht, wie der besser Weg ist, gehen normalerweise die Richtlinie, dass wir sagen, nur wenn ich eine Gymnasium sehr selektiv hätte, kann ich da auch eine hohe Leistung wirklich definieren. Das gilt sicherlich für Österreich Bayern. Hochselektiv Gymnasien, bis vor zwei, drei Jahren noch, sehr hoher Leistung statt der Schülerinnen und Schüler in Mathematik. Das gilt aber auch für die Naturwissenschaften. Aber, dummerweise, jetzt diese vier ostdeutschen Flächen hinter. Die haben, die versauen, an kurze Fragen die Schule der Versorgungspiele, die man als möglicherweise nachher sehen würde im Zusammenhang, und bringen sozusagen auch das System bei, was das Nachdenken angeht. Wie gesagt, da heißt es nämlich, oder selbst, man kann auch mit Finanzialfunk gut deutlich 85% Leistungen erzielen in Deutschland im Gymnasium, die sehr höchste sind. Und das ist in der Tat die Forschung jetzt in der Berichtungsversorgung, die sich immer nur zu fragen, müssen wir tatsächlich auf die Strukturfrage hinausgehen, wie eng wollen wir unser Gymnasium halten, wie weit wollen wir das müssen. Es kommt, das ist ein Vorgriff aus dem Gesamtregel, nicht allein auf die Frage der Strukturen an, vom Schulsystem, sondern auf die Frage, was in den Strukturen passiert. Es ist egal, es ist nicht, man kann es hier sehen, es kommt auch an, wie gut das Unterhalt ist, in den einzelnen Strukturen. Das Gleiche muss da plötzlich ein bisschen ab, denn für alle drei Bundesgeschaften, für alle sechs Kompetenzbereiche, die dort getestet worden sind. Jetzt aber zu dem eigentlichen Sinn von Ländervergleichsuntersuchungen, der Grund, das ist nämlich den interialen Vergleich, also die Frage, wie viel Prozent der Schülerschaft in den neuen Jahren, in unserem Fall, erreichen denn diese Standards, die in der KMKA-Regel sorgt sind. In der KMKA-Kundeswirtschaft, würde ich sicher, hat die KMKA in den Jahren 2004, in 2004, nur Standards für Schüler und Schülerinnen, die den mittleren Schulabschluss anstehen, verabschiedet. Ich weiß nicht ganz genau, wenn man fragt, wie viele verschiedene Versionen wichtig zu werden, warum sie sich auch für die Hauptschule das gemacht haben. Die meisten sagen, weil viele Länder gar nicht nach dem Ausland sind, dass sie überhaupt längst in der KMKA-Kundeswirtschaft im Hauptschulzeit haben. Deshalb hat man sich darauf geeinigt, dass die KMKA-Kundeswirtschaft nicht zu versuchen, Standards für sich nicht auch massiv zu bleiben. Das, was wir mit der KMKA-Kundeswirtschaft also abbilden können, ist das, was in den grünen Heften dargestellt ist. Das soll, konnte werden am Ende der Seelenjahre, Entschuldigung. Und das, was in den grünen Heften wirklich hat die KMKA in unglaublicher Weißrecht Regelstandard genannt. Der Wigilist des Regelstandards ist eine, als böse ausgedruckt, eine Nebelwunde. Weil, was heißt denn in der Regel eigentlich? Sollen das 50 Prozent der Schüler wieder können? Sollen das jeder Schüler bis zu können? Aber das dann schon soll es mehr sein als 50 Prozent. Man hat eine Freiheit der Interpretation, was Regel heißt. Manche Daten, sagen ich jetzt nicht wohl nicht sogar, haben sich daraus geeinigt, nie diese Standards zu verabschieden. Das heißt, ein Minimum an Kompetenzerwartungen, wo man fast, wenn man es erst mit einem Rechtsanspruch ableiten kann, können können, der heißt, das muss im Mindest. Und zwar für alle Schüler und Schülerinnen. Dann gibt es im Bereich der Unterhaltigen Standards und es sind natürlich auch Standards von uns versetzt worden, eben Regelstandards müssen. Optimalschaft heißt, wo sozusagen ausgewiesen wird, wenn Schüler und Schülerinnen oder Länder insgesamt im Durchschnitt ihre Schülerschaft sind noch besseren als in der Leistung spüren konnte. Nur zu einschätzen, die Aufgaben, die Schüler und Schülerinnen lösen können und die auf der Stufe unter Ingezweiler landen, am Ende der 9. Jahrestufe entspricht dem, was Schüler und Schülerinnen im Durchschnitt in der 4. Jahrestufe, in der Grundschule, in der Grundschule. D. Das heißt, es ist etwas dramatischer Ausblick und nicht akzeptabel, wenn am Ende der 9. Jahrestufe Schüler und Schülerinnen aus dieser problematischen Stufe anhören. Ich muss jetzt die Verkommunktion belästigen. Die Politik hier ist auch überwärtig die Teilnehmer für die Zusammenarbeit. Nämlich für das Fach Mathematik gibt es Standards nicht nur für den Schülern und den Hauptschülern Abschluss anstecken. Man hat es aber bisher getestet. Und weil man es nicht so richtig getrennt ausschalten würde, hat man gesagt, na ja, dann fassen wir die irgendwie zusammen, integrieren das, machen ein Kompetenzstudio, auf dem die Mathematikleistungen abgebildet werden, wo man dann sowohl für den Mittler- oder Schulabschluss als auch für den Hauptschulabschluss sehen kann. Wir wissen aber genau wie das funktioniert mit dem Abschluss. Deshalb, guckt was für die neue Jahre insgesamt an. Egal welcher Frise anstehen, und stellen die im ersten Auftrag, weil die Ergebnisse nur insgesamt dar. Ich werde es einfach nicht verheimlichen, nicht durchsetzen. Ich werde es darstellen, was zu tun ist. Es gibt eine Situation, dass man gar nicht sagen kann, ob die oder wie viel Prozent der Schüler- und Schülern die den MSA anstellen, ob tatsächlich die Standards für den MSA erreichen. Und umgekehrt, wie viele, die den HSA nun anstellen, auch ihre Standards des HSA erreichen. Sondern, man hat eine interessante Gemengeladen, die von den Schülern und Schülern und insgesamt erreichen, wie diese Kompetenzstufen. Wenn man sich das Beispiel des Goldstein Beispiel macht, wie das kommt, dann sieht man, dass zumindest die Stufen 1a und 1b, also diese Fehlung des Mindeststandards für den MSA von 23,4 Prozent in Schülern und Schülern dass dieser Finanzstandard nicht erreicht wird. Aber wir können es ja, wenn wir das anschauen, wir können sich nach den verbalen akubatischen Lügen das in jedem Land das klären, das nächste Mal von selber gehen. Aber interessant sind also diese drei Kennwerte im Ländervergleich, wie viele bleiben unterhalb der MSA Standard oder unterhalb des MSA und der Mindeststandard und der Mindeststandard und der Mindeststandard für die Studierenden und spezielles Augenmerk aus den Genasiatschülerinnen und Schülern, wie viele optimale Standards haben. und das heißt, wie viele erreichen wirklich Spitzenbeleidungen. Ich werde jetzt nicht auch nicht hier zahlrehen, aber das ist das, wenn man sich abguckt, hier sind alle sechsten Länder die verteilig auf diese kompetenten abgebildet. Man sieht das insgesamt als Viertel der Schülerschaft in England, die getestet wurden, unterhalb des Mindeststandards des mittleren Schülerschaft und man sieht, dass das sehr stark in den runden Anteilen verhält von Land zu Land. In manchen Ländern, in manchen manchen Ländern, manchen Ländern, wie in Sachsen, in 19 Prozent. Das Gleiche, was wir feststellen können, ist, dass das Erreichen der Regelstandards für die RSA in Mathematik von allen neuen Quesseln zu ungefähr 50% der Schüler und Schüler mit dem werden Schülern mit dem HSA mit dem HSA noch nicht gemacht. Und schließlich noch für die Gymnasial- Population, dass der optimale Standard in manchen Ländern erreicht wird. in Bayern 90% der Schüler und die Zeit weisen auf der Stufe 5 oder 6 Inhalte, die können eindeutig bereits Stoff bewältigen. Erfolge erfordert wird. Aber genau auch andere Länder, die in Nazien wesentlich schwächer sind, das zu bekannten. Das gleiche gilt, das gleiche gilt auch für alle naturwissenschaftlichen und die viele prozentual aus den verschiedenen Stufen anzustatten. Was mindestens festgestellt ist, dass in den Naturwissenschaften die Erwartungen so gesetzt wurden, dass vor allem in der Biologie sehr religiöse Standards versehen. Und man sieht eben auch, mindestens die Regestandards von über 60-70-80% erreicht werden in fast ihrem Land. In Deutschland hat 70-45- Das kann mit zwei andere heißen. Wunderbar. Übrigens besser als man hat sich damals bei normativen festlegen, was man mindestens erwartet hat, ein bisschen zu wenig zu machen. So etwas kann man aus dem System herausfinden, dass bei uns immer wieder diskriminiert ist, warum wir den Standard anziehen, der nationalen Wettbewerbsleder werden, damit die abnehmenden Systeme oder die Ausdehnungssysteme mehr mit den abnehmenden MSHA anfangen können. Wir haben einen Fachtag geplant zusammen mit dem BIP mit der Berufsbildung gemeinsam gefragt, was braucht man eigentlich, die anderen anfangen? brauchen wir ja nachschärfen, was man ergabelt. in den alt-malen Schildes gefällt. So, wenn man noch ein paar Einzelergebnisse, die immer wieder interessant sind, gehören zu den Klassikern, sozusagen, des Ladstuhls Versetzens, dann guckt sich die Diffragitäten, also die Leistungsunterschiede an, die an bestimmte Merkmale von Schüler und Schülerinnen genutzt sind. Und wenn man sich das klassische Bild für Mathematik und Natursicherheit hinsichtlich des Jung-Mädchen-Vergleichs anschaut, dann sieht man oben rechts, es gibt einen signifizierten Forschung für alle mathematischen Bereiche zugunsten der Jungen und es gibt umgekehrt eine Forschung in Biologie und auch in Chemie und ein Teil nach Diffusion. Was man sieht, wenn man sich gleichzeitig anguckt, wie man möchte, das war Schleswig-Holstein, was Launenwetten sind in den beiden Fächern, also das Fachspezifische als etwas fest, was ein Ansatzpunkt für Intervention ist. Da können man sich grundsätzlich noch besser in Mathe einschätzen als die Plattform und grundsätzlich deutlich besser in den drei Noten einschätzen einschätzen als wirklich etwas besser wenn oder das heißt, wir haben Konzept und Interesse gesetzlich unterlinieren muss. Angratastiker soziale Zufahrungsbezogene Disparitäten Da gibt es so etwas wie den sozialen Gradienten, der zeigt an, wie stark ist in einem Bundestag die Leistung geknüpft an den sozialen Hittergrund des Leistung Anfang der Jahr 2003 Banenburg hat immer quasi selbst ironisch geworben mit Ukraine von dem der Leistung dazu muss man sagen einerseits weiß aber keiner dieser Indikatoren wie die soziale Leistung sich nicht von Deutschland weiten Wert hat. Es gibt zwar Unterschiede, aber letztlich kann man Mineralausschale setzen in Deutschland ist eine starke Trocknung nach wie vor gegeben von sozialen Hittergrundbeleistern oder Kompetenzen wie wir sind. Das ist aber wenn man PISA oder anderen internationalen Studenten dort noch nicht Platz. In dem Teil hat Deutschland tatsächlich in den letzten zehn Jahren wenn man das PISA-Legestück folgt. Am Anfang war auch schon einzelne Menschen mit der stärksten von meisten sozialen Untergrund. inzwischen in Deutschland normalen PISA-Dürstück angekommen. Da ist tatsächlich etwas großartiges festzuhalten. Dennoch wenn man sich anguckt und vergleicht bei den extremen im Vergleich jetzt die Akademikerkinder EGP 1 und 2 sind das mit den arbeiterfamilien Kindern EGP 5 und 6 oder Berufs- Klassifizierungseinteilen dann sieht man das im Mindervergleich enorm Unterschiede. Es gibt Länder, die überlegen die schaffen nicht nur die Schülerschaft in der Stadt haben und deshalb auch diejenigen die aus akademischen Elternhäusern kommen werden unterdurchstückt zeigen die durchschnittliche Leistungen für Kinder aus dieser Gruppe. Da muss aber etwas mehr sein als der Fakt, hier kontestentiert. Das ist die Länder, da haben wir jetzt gerade Brandenburg, die würden es ganz über umrücken, um die Tatsache, dass es eine relativ hohe 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 Leistungsmotivation in der Familie und guten Lärmseller sind nach Potsdam und Gemeinde und Gemeinde in Brandenburg und das treibt vor allem Leistungsvereins im oberen Bereich dort die Höhe. Das gehört auch die Spreitung oder die enge Verkoppelung von Leistung und sozialen Hintergrund. Beide fördert eine Leistungsstütze als auch eine gute Leistung bei den jenigen sehr schwer in den sozialen Selbstwerten. Hier liegen Ansätze für Systeme auf der Ebene von Bildungsadministration Politik auseinandersetzen um zu gucken, was machen wir anders jetzt. Was die Zufallung ankommen, geht auch noch ganz knapp. Deutschland ist inzwischen in der Tat ein Zufallungsland, auch wenn das politisch manchmal immer noch gestritten wird. In unserem Stichwort ist gut ein Viertel deutschlandweiter Schüler. In der Regel ist das die zweite Generation nicht mehr die erste Generation die wir in den Schulen antreffen. Ein bisschen Player wie Hessen wie die Stadtstab, da liegt der Anteil über 30 bis 43 Prozent. Keiner wird streiten, dass das eine normale Herausforderung für ein Schulsystem mit diesen Schülern und Schülern zurecht zu kommen. Das ist eine Grafik, die ich eigentlich sehr gut zeige. Wenn wir uns lange und intern auseinandergesetzt mit der Frage zahlen wollen, das ist eine Ausgutung der im schüttlichen Leistung für die Schüler macht zusammen. Also irgendwo umgesteht, heißt das, das sind die Kinder mit zwei Deutsch- und Deutsch-Stellen die auch in Deutschland geboren sind. und da sieht man in der Tat, dass Länder im Ranking sonst unten stehen, die Berliner überbringen, plötzlich relativ nach oben rutschen. Das hilft für nichts. Ein Schulsystem kann sich seiner Schülerschaft nicht aussehen. und man hat politische Verantwortung für die Schüler, die in diesem Land leben. Und wenn man sich politisch auch einigt, Standards, die nicht für einen speziellen Land gelten, zum verabschieden, sondern im Wohnungszeit, dann müssen wir uns an diesem Menschen helfen. Und nicht an der Zusammensetzung der Schülerschaft per se. Man kann das anerkennen, dass das besonders schwierige Arbeitsbedingungen sind für ein langes soziales System. Schleswig-Holstein hat die ungewissig auffallende Quote in allen Teilbereichen der Zimmer- und Gruppen zu bringen, auszuarbeiten. Das ist eine sehr geeigneterin, weil es natürlich politisch im Sprengstoff beinhaltet und zur Wahrheit immer wieder kommentiert werden muss. So. Noch was zu überlegen? Ja? Eine besonders interessante Frage, die wir nebenbei in den Fragen, wo in Teilen nicht die Schüler finden, sondern die Lehrkräfte, die diese Schüler, die die Lehrkräfte unterrichten haben, ist die Frage nach ihrer Ausbildung und nach ihrer Fortbildungsaktivität. Es waren auch noch eines anderen Lehrkräfte. Es ist alles sehr interessant, welche Länderwünsche es gibt, aber ich konzentriere mich mal auf die Frage, wie die 4.000 Lehrkräfte in der Mathematik- und Naturwissenschaften, die in der Studie dann beteiligt haben, die qualifiziert sind. Und was wir sehen, ist, dass der Anteil der Fragen der Lehrkräfte an die die Lehrkräfte entfragt. Das heißt, dass diejenigen, die die Lehrkräfte studiert haben, aber nicht das nach unterrichten, dass sie studiert haben. Dass wir den Anteil der Ignatik- und Naturwissenschaften, das waren ja nicht über 90 Prozent, werden Lehrkräfte fast gemäßt angesetzt, wie nicht immer sehr einschweilend, allerdings erreicht das, dass es fast eine Begründe gewünscht gemacht hat. Und haben wir die nicht ausgewertet, das habe ich bewusst eingeschränkt, ob das jetzt ein gewünscht nicht studiert, das ist ein gewünscht aber Unterricht. Das wurde aber insgesamt eine Zahl, die durchaus viel hoch gemacht hat, wie die entsprechenden Landessitzung zu begehen. Erfreulich, wenn man die Fortbildungsseite angeht, was die Mehrzahl ungefähr mindestens an einer Fortbildung, die die letzten zwei Jahre vorbefragen teilgenommen hat, die Fortbildungsschwerpunkte in der Fachdidaktik, bei Unterrichtsformen, mit anderen Unterricht haben. Lehrkräfte, und das ist ein eher bedenklicher Geschwung, Lehrkräfte ohne Mehrheitsbefügung, um den Fach des Unterrichts suchen deutlich selten Fortbildungen zum Fachdidaktik und anderen unterrichtsgezogenen Themen. Also die möglicherweise mehr brauchen, meint eventuell die Fortbildungsseite diese Fortbildungsangebote. Auch da ist die Fortbildungsplanung und Steuerung von Innschulen als auch zentral und etwas anders. Guckt man sich das jetzt nochmal an, wie sich das zwischen Ländern unterscheidet, sieht man, dass beispielsweise eine interessant hohe Rate an Fachsrecht unterrichteten Lehrkräften in der Physik und der Biologie und die in 19 Jahren auch immer ein kleines Unterschriftenkurs zu beantworten als andere. Was den Fortbildstand angeht, insgesamt Teilnahmequoten an Lehrerfortbildungen, so zeigt sich, dass auch hier in den Ländern unterschiedliche Quoten sind. Die rechtlichen Regeln sind hier auch schon recht unterschiedlich. Und das Interessante auch hier bei Schleswig-Holstein sind deutlich unterrichteten Quoten als das fortbildliche Teilnahme insgesamt speziell aber im Fach. Fragt man nun, welche klimatischen Fortbildschwerpunkte werden gewählt, dann sieht man, dass es mit großem Abstand in der Bundeszeit für Fach didaktische Themen angewählt werden, dass manche Themen wie Förderung von Lehrerstoffenschülern für mich und Schülerinnen für mich zumindest überraschend sehr nicht angewählt wurden. Das mag aber dazu sagen, dass das Angebot z.B. Bilddifferenz gewählt wurde, auch sehr stark angewählt wurde. Was interessant ist, ist die lehrkräftigen Frage, die keine Fortbildung zwei Jahre lang verteilt das Wort wird, nee, 1200 haben keine Fortbildung durchzuführen. Das ist eine interessante Grafik. Da sieht man, dass die Grüne sich im Schlusswort der Staat von den Bundesländern unterscheiden, vor allem umfassende Zeiten unterstützen weiter, der kann schwer abgedeckt werden, auszahlen, und so weiter, hinzu vor. In den vielen Ländern natürlich auch immer Frage, ob der Ort war, wie das ist. Ganz interessant für Schleswig-Holstein ist ein Punkt, den wir in der Veranstaltung vor einer Woche sind, dass sich bei dem Grund, Veranstaltung zu hoch genannt wird, in der Bundesrat. Das heißt, sowohl in dieser Erscheinungsverfahren oder in der Tatsächlich auch Gründensport, die möglicherweise durch Veränderungen die Fortbildung des Hunger etwas stärken zu können. Für uns war eine interessante Frage, spielt es überhaupt leistungsmäßig eine Rolle? Ist es nicht völlig egal, ob eine Lehrkraft fachfremd oder im Fachabitual unterrichtet, was die Leistung der Schüler und Schülerinnen unsere Tests angeht? Was wir festgestellt haben, dann sagen wir, sie müssen das verändern. Das sieht wir, sie machen aus unserer statistischen Zauber. Was man sehen kann, ist, wenn man alle möglichen anderen Faktoren, die aus Leistung ein Einzelnen haben, also das Geschlecht ist für das der Schülerin, die Familiensprache, der physioökonomische Kinder, selbst die kognitive Grundfähigkeit, wenn man alles antizimal ausrechnet, statistisch ausrechnet, dann bleibt immer noch für den Faktor, ob eine Lehrkraft die Lehrbeflegung im Fach hat oder nicht, einen erheblichen Effekt zu stellen. Wenn man das alles in Rechnung stellt, ist im Durchschnitt die Leistung im Fach Mathematik um 18 Punkte schlechter bei den Schülerinnen und Schüler, die eine Lehrkraft hatten, und nicht weiter studiert hat. 18 Punkte übersetzt, wenn wir nochmal kurz zurück, in 37 Stunden im Durchschnitt. Das ist ein sehr starkes Argument, das man durch die Tiefsweite sehr schnell nachvollziehen kann, aber auch mal sehen muss, dass es ganz wichtig ist, dass nicht irgendjemand eingesetzt wird. Wie auch immer die Gründe dafür sein müssen, das gibt immer Hartz-Signalitäten, warum das vor Ort mit Studien zu verhandeln wird. Zum Schluss, wenn ich jetzt nochmal insgesamt vergleiche, was kann man denn an den Ländervergleichs führen, an möglicherweise Systemgebende neue Diffumationen, an Gewinnen, dann kann ich ein zweiter Vergleichs möglich sein. Ich kann einerseits die zeitliche konspektive mir sagen, wir haben zwar ein Lob in den Testverfahren in der ganzen Logik zwischen PISA 2006 in unserem Ländervergleich 2015, sechs Jahre und inzwischen, aber wir können uns angucken, welche Umzahl oder welche relativ stehrende in Deutschland haben die einzelnen Mitgliedsländer angenommen damals, wie heute und schnell fest, es gibt noch hohen Platz im System. Das heißt, es gibt ein Grupp von Ländern, Bremen, Hamburg, Nordrhein, 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 Und das ist zuverletzt. Das heißt, man muss mal abkunden, was haben Sie eigentlich gemacht in den sechs Jahren. Und zwar, das ist keine große Zeit für Leistungsentwicklungsveränderungen, aber es ist durchaus eine Zeit, in der das hier in Kanada auf das System geht. Ich weiß es heute, ist wie immer der Komfortzene wieder gelegt. Viel interessanter allerdings führt immer wieder aus, was ist wichtiger, die Schulstrukturen oder die Inhalte und die Qualität und die Unterricht. Viel interessanter ist der Vergleich, den man in unserem reinen Länderstudel für den Bereich Sprachen und Mathematik jetzt 2009 und 2012 machen kann. Da hat sich die Schulstruktur nicht viel verändert in den drei Jahren. Was man aber sieht ist, dass es ein Land gibt, das sowohl sprachlos, also hier in zum Fall Englisch, und in Mathematik überprüftet ist. Das müssen wir leider nicht erinnern. Ist so. Aber, wir haben diese hier noch interessante Gruppe auf der zwischen Ostdeutschen und Flächenländer. Die waren 2009 in den Englisch-Test von unserem Kurbeländer vergreift, waren weit überprüftet zu schärfen. Wir sind weit überprüftet zu schärfen in Mathematik und Naturwissenschaften. Da hat sich nichts verändert an der Struktur. An der Zeit der Schularten, an Ausbildungsformen. Das Einzige, was die Differentschaft spritziger ausmacht, ist die Frage, wie gut werden so die Lehrkräfte ausgebildet sein? Wie sieht der Unterricht aus? Wie viel Quas-Licht-Licht-Licht-Licht ist dieses Lichter? Und natürlich haben viele Lehrer damals gesagt, es war ein Junge, dass wir in Englisch nicht abschneiden, insbesondere höher verstehen. Weil unsere Lehrer in englischen und französischen Teil der eigentliche Englisch-Russisch-Lehrer nach der Renée waren. Es gab auch andere, aber im Durchschnitt eben. Und das hat sich in den ersten Hunderten gespielt. Und genauso schreibt sich eine Tradition der Fachlichkeit und offenbar auch der unterrichtlichen Überfektion und der fachlichen Transifikation von Lehrkräften Das heißt jetzt nicht umkehrschlüsse Strukturen egal werden. Wir haben zwei Titelsgeschlüsse, die sind eins, zwei Titels, die sind auf dem Weg. Und sie haben Länder, in denen eine Fünf-Plus-Gesigkeit gratis festgestellt ist. Das war bei Westfalen, der sich wieder zu ziehen. Natürlich mag das über das Moment der Unruhe, dass ständige Reformen und Umstrukturierungen auch in Schulen gebracht wird, durchaus effektiv auf die Leistung ihrer Schüler haben. Aber der entscheidende Fachwürde scheint im Anweis zu sein. Es hat studiert, dass diese Perspektive von Systemprojektoren dafür langzamerweise sicheren Strukturen auf die unterrichtlichen Qualitäten und auf die Qualität der Ausbildung von Lehrkräften und Schülern zu erreichen. Und nicht mehr zu sehr auf die politische Diskussion von Strukturen oder Plattformen. Ja, deshalb abschließend letzte Folie. Dauerbeobachtung von Erträgen der Bildungssysteme der Länder ist das, was heute in der Vergleiche liefern können. Sie können auch Hinweise auf Stärken und Schwächen liefern. Aber das bestehen wir ganz unterschiedlich ein. Solche Studien sind nicht dazu geeignet, ursachende Leistungsüberschiegerungen zu identifizieren. Das bestehen wir eigentlich an. Dazu braucht es besondere, spezielle Forschung. Sie müssen auch anders finanziert werden, als für Ländervergleich. Also beziehende Untersuchungen, aber für die Qualitätsüberschiegerungen relevant sind, können wir durchaus immer wieder in solchen großen Studien auch anbieten. Also, wie zum Beispiel die Schlafwerder-Morzahlen ausgesetzt werden. Sie alle wissen, es gibt 16 länger. Und die wissen, da habe ich guter, das ist das Schlafwerderprogramm in den Schulen. Und jetzt ist man gerade dabei, im Projekt BIS, Bildung, Beschlusse und Sprachen, und das KMK und Bundeskurs finanziert ist rausgegeben, für welche Sprachwerder-Morzahlen-Systeme der Gleichlichkeit sind. Ich bin gespannt, dass das daraus kommt, um sich diese unendliche Geldverschwendung auch zu sparen, wie man durch das selbst gestritten Sprachwerderprogramm, die viel Geld kosten, eingehört. Ablösen für den Elfergleich im Rahmen der internationalen Schulleistungsstücke heißt, dass wir uns vereinten würden, die Stadion aus ganz lehnen. Das heißt, dass bei allen Dingen, Politik, Schule, aber auch die Väter, Schüler und Schülerinnen, man versucht tatsächlich, den Bescheid auf den Kollegen zu sagen, was erwartet sich am Ende der Grundschule, am Ende des Stadionstufe 1, wie komme ich hier dahin und habe es erreicht. Wenn man diesen Schleiter, den wir jetzt in den Umgebung kommen, finde ich einen Vorteil von unserem KMK-Bewutsteuerprojekt im System und kommt nötig heraus. Vielen Dank. Vielen Dank.